ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich wollte jetzt eigentlich schon ein Tor bei ihm sein. Ah scheiße. Soll ich schon vielleicht doch nicht machen? Ach Schuss. Bin gerade richtig, Solti-Mann. Ich dachte gerade, ja okay, letzte Aufnahme war Solti. Weißt du was? Jetzt wird es besser, weißt du? Genau. Jetzt mache ich mich nur noch wütend, Alter. Jede Folge. Ich hasse diese Folge. Nein, das kann ich nicht hinnehmen. Den habe ich auch gedacht. Ihn junger Gott. Es war ja schon klar, dass er nach hinten kommt. Ich habe ihn getötet. Den hast du. So sexy, Alter. Ich würde dich küssen in real life. Obwohl, vielleicht nicht so. Mit Glatze aber. Ja. Hat keiner gesehen. Das hat von der Gegend. Okay, das hat auch keiner gesehen. Ja. Ja. Ey, warum? Nein. Ich war schon aus Welsen geschossen. Aber warum hast du mich gerade weggekickt? Wann? Guck da. Da. Ja, weil ich den Ball spielen wollte. Warum hast du ihn gespielt? Äh, da bin ich den Ball gespielt. Geh du. Geh du. Geh du. Geh du. Ja, zu unserem Tor oder was? Warum hast du mich nicht ihn weg... Ah, sorry. Geh du. Geh du. Ja, jetzt klopfen meine Nachbarn um zwei Uhr morgens oder so. Was bornt jetzt? Äh, du meinst natürlich. Ich schwöre... Zwei Uhr mittags. Ich schwöre die auf mir her. Jede Woche. Die Wochen, die die Bohren jede Woche in der Scheiße wand. Ich weiß nicht, was sie mal nimmt. Jedes Mal die Leidenschaften von der Woche außen gehen, die dann zurück und fahren dann zwei Tage später wieder auf den Bohrer bekommen. Warum wohne ich sich einfach keine jenen Tag bohren? Ich höre, ich glaube, die haben oben einfach keine Wände. Die machen die mal ganz langsam ab, sodass keiner merkt, so, ja, ja, wir machen Bilder und so weg. Sondern meine ich. Ich sage hier auch noch irgendwelche indischen pakistanischen Nachbarn oder so, die dann jedes Mal, wenn ich von der Schule nach Rhein komme, dann stinkt es nach irgendwelchen komischen Gewürzen, die aus dem Kuharschloch gezogen wurden. Was ist mein Scheiß? Nein! So wie ich gerade. Ah, shut up. Okay. Gargamel. Oh, sad. Er hat sogar einen Boost bekommen. Was im fuck? Nein, was mache ich? Was mache ich? Nein! Oh, danke. Ja, 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 ja. Den lege ich hier vor. Den lege ich hier vor. Guck, ja. Weiß. Ich bin voll krass. Auch nicht. Keine Ahnung. Wäre, glaube ich, zu schnell gewesen. Kriegst du das hin? Ja. Ich fahr mit Full Speed drauf los. Ja. Halt ich fast. Aber dann. Ich, äh, the you noob. The you noob. Ah, weißt du was? Ne, das kann ich jetzt nicht in der Aufnahme schalten, sonst wäre ich nur von YouTube gesperrt. Für, 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 äh, zu viel Videos für Kinder. Da kann ich keinen Content mehr für Kinder machen. Oh nein. Ich zu viel mache. Ich glaub den anderen Kindern. Was machst du da in den Ohr? Ja. Ich bin raus, als ich ihn gegen den Fasten gefangen habe. Ja. Als ich mich ganz so saut, hier hab ich mich nicht konzentriert. Komm, rechts. Ja, sehr schön. Komm hier. Hm, warte, warte. Warte, warte. Spam, spam. Ich bin gut. Du. Are you, bots? Wö닛. Ich bin ich immer dran bedem. Ich bin ein schönes Mittelweserl . Hm. Es ist so, dass eins der schlimmsten Features, äh, die entfernt wurden. Die besten. Warte, mal. Warte, mal. Warte, mal. Einer der schlimmsten Features. Ne, ne das beste Feature, was so entfernt wurde. O, yo. Äh. Mir geht so... Ich dachte nicht, dass er irgendwie an dem Pass noch abhält. Was schreibt da jetzt, der dumme Hund? Ey, nee. You bots, lol. Not playing serious. Digga, wir haben halt wirklich am Anfang einfach die gewinnen. Wir haben zwei Tore gemacht, danach nicht mehr ernst gespielt. Ja, weil ich einfach so sollte bin, dass ich nicht ernst spielen kann. Ich bin so wütend einfach. Und die machen mich noch richtig da, weil die auch sogar echt gut sind, ab und zu. Nein, weil die ernst spielen. Digga, die denken, wie erbrückt euch mal, ihr scheiße Knechte. Das war weh. Bitte, ja, guck mal, hast ein Pech, wir haben auch. Ich hoffe, deine Mutter hat einen schönen Abend. Bitte, ey, das ist ein Witz, ich hab's sogar... Komm jetzt. Ja, mach ihn. Ja, danke. Ja, hier, gute Parade. Ja, ja, ja. Die wissen auch jedes Mal, wenn die Torker sehen, dass sie gleich spammen würden. Ja, du fährst. Geh du, geht, okay. Aber ich mach keinen Tag. Ich, 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 ich. Easy, easy, easy. Fast. Wie, ich, 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 ich wollte so eine Art Pinch machen. Ich versuch einfach noch zu verteidigen, irgendwie. Oder auch nicht. Schon wieder wie vorhin. Ja, ja, ich spiel ins Tor. Ich spiel einfach vor. Er liegt vor. Junge, bist du schlecht. Ich schwöre, ich... Ja, haben ihn bestimmt nicht, Junge. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Halt dein Mund. Ich bin der... Ich bin der Schmuck. Ja, alles gut. Oh Gott, sei Dank. Ich hab... Ich hab grad schon wieder nach einem Messer umgesucht, Digga. Also da hätt ich mir sonst von die Adern aufreißen müssen. Und ich hab kein Cutter-Messer mit einem Zahnsohn schon hätt ich mich töten müssen, Davi. Ey, wir haben noch nicht gewonnen. Ey, wie schlecht du bist. Und dann ist so ein Ball an der Wand vorbei. Komm. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich versuch den runterzufiegen. Oder du hättest ihn noch oben. Okay, wir fahren beide. Wir fahren beide. Ich hol' Boost. ojajajaja. Ich schu... Ich schu... Ich schu... Nein, nein, nein. Ich hab' den Bus hol' ich nicht. Hehehehe. Ist auf demselben Bus gefahren. Hehehehe. Den hast du... Den hast du... Den hast du... Den hast du... Den hast du bitte. Ach so gut. Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hey, wir können... Oh Gott. Das ist ein Witz. Ja, fickt euch. Ich fahr' weiter nach hinten. Okay, gut. Ich nicht. Nein! 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 Wow! Wir haben ihn gewinnen lassen. Wir haben ihn gewinnen lassen. Wir haben ihn gewinnen lassen. Ego! Hä? Haben die jetzt einfach zusammengeschrieben? Das verstehe ich auch nicht. Einer hat euch nichts geschrieben. Achso, das ist ein Name. Achso, das stimmt. Stimmt. Nein, nein, ich würde immer noch nicht glauben. Er war Platin-Prinniersieger. Was ist denn hier? Unschlecht und ich glaube, 1 Uhr machen. Vor allem ist es 15 Minuten nach der Morgenschule. Ich glaube, ich will es einfach. Ja, da ist er schon mehr drauf. Zehner, wenn ich den jetzt antworten, ich habe heute fünf Mal angucken, dass die Eimer an die Kaninheit geschrieben die Eimer in den Domen Wixer. Also, das ist so. Oh nein, das ist ein Diamond. Toniersieger und Platin-Tonier-Liga mit einer Green-Schrift als Sex. Guck's mal an. Dann ging die Gewinne. Oh, du mir rast morgen! Nein, du bist nicht. Wie so hast du die Vorderung? Aber okay, wird zufrieden mit. Auf ihre Vorlage. Weil ich den einmal berührt habe. Wir müssen ja auch mal Tunesieger haben. Wir müssen mal. Ja. Alter, Diamond weiß nicht, soll ich das gewinnen? Dann kaufe ich meine Tochter einen Lollipop. Diamond-Turnier ist nicht so. Oh nein, oh nein. Guck mal, was die jetzt machen. Äh? Äh? Ich glaub, da stehen grad die kleinen Brüder. Ne, ne, ich glaub wirklich, Diamond-Turniersieger ist nicht so gut. Das hat ein Strike, äh, gut. Bitter Kick! Ja! Jawoll. Ja! Oh mein Gott, halt dein Maul. Ich will nur... Oh, aber verdiente Vorlage! Ja, über dir! Ja, ich wollte nie schreiben zu dir, aber... 4 Punkte. 2 Mal Berührung. da hebe ich ganz aus- Ja mal? Michael, du! Damit technisch ihn nicht! Ja, ja, nein, nein, nein. Hey, nein, nein. Mach's doch! DannACTU Curtis, das... Platinum und Diamond siehe grad. Da sind wirklich die kleinen Brüder dran! Ha suchen! Nein, nein! ね tauchen! phenomenär vole auf nebenumbrucksst also das waren so Kilians, die mit zwei Finians gespielt haben, die okay halten. Nein, ich war so knapp, ich war so knapp. Hast du gesehen? Du lernst nicht gerade. Ja, guck dir an. Das habe ich schon gesehen. War ehrlich knapp. Oh, nochmal Fake Out. Das checken die nicht. Das sind die kleinen Brüder, die sind zwölf und so. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schaffe. Alles gut. Parade! Ich bin überlegen. Mein Gott, das ist so unverdientiger. Alter, das ist ein Kassabinsch. Also, kein Bünder war so ein Tag-Team. Hab ich mir, die gab noch den Buß-Clown. Habs Vorlage. Nee, ich weiß gar nicht, aber ich hatte nicht genug Buß, um vorhoch zu kriegen. Ja, 20 Buß, wenn ich gereicht, aus der Situation, den hast. Vorlage. Toilte Seite. Oder ein Scheißen ist noch andere Torsten, nicht auf dem Arsch. Und, ja. So fühle ich mich manchmal in Gesprächen mit mir. Oder Lenny. Hitch. Hitch. Infernen, der Sieger, der Sieger, der Sieger, der Sieg und wieger, der Sieg, der Sieg und die Dach-Orangen, Nachfolger, der Sieg, der Sieg, der Sieg und der Sieg, der Sieg. gewünscht ich kann mir nicht gehen die Runde ausreichend sein soll ich bin zu ein Gott hast es gesehen wollte zurückfahren habe ich seine Mutter geschickt er ich möchte haben noch nicht zügig ich hatte mit ihr Geschlechtsverkehr aber ganz normal nicht böse gemeint dann nicht schlimm ist da Vater gegen Sohn Prozent und wenn es ist der Kindgerechte Prozent machen wir jetzt sie hatten Prozent er war die Bühne Schüsse zu sein auch starke Vorlage von ihm Prozent die war die Biene und er war das Bühnchen sie war der Spitzen naja du hast nur nicht bemerkt ich wurde bestäubt nein aber es ist angestochen ich wurde bestäubt ich bin eine Bühne ich beschreibe dich wenn das hier die Generation schreibt zwar in die Kommentare also heute heute die Generation Meister 2010 oder so der letzte Saftladen als er solltet er wurde derzeit 2010 geboren Opfer schöne Vorlage ja nicht schlecht es wird zu Lenni wollen einfach bei jedem ich habe den Typen weggebrannt alles gut mit dem steht schöne Teamvorlage von uns ich hab den typ ich hab den typen hier weggehauen hat die typen weggehauen ohne mich zu verteidigen eindeutig ohne mich hätte er verteidigt alter wenn wir das gewinnen wenn er jetzt die sie uns aufschreiben dann werde ich ihn so ganz weg tut mir leid ein guter schuss einfach nur guck sie an alter ich hab nichts gemacht ich dachte den krieg ich nicht wenn ich mit dem versuche ich hätte entkelten können aber ich war einfach gerade aufgelenkt er hat der schuss aber auch ich habe mir auch gebraucht ins gesicht geht mit seinem die krebs ja klar sein und zwar deine eigene Klinik hat er doch mal auf der Masse und bitte das kann nicht so die nicht so weil man so normal das ist jetzt aber nicht schön aber jetzt ist die mich auf mein Todesnächster das gibt es auch noch nicht egal wie schlecht es ist wenn von uns ich weiß noch meine tote Oma die noch lebt ja ich weiß und so ist ja auch nichts mehr Prozent nicht so geil ein anderer mann an einem anderen erlernen habe ich dann bin ich in sich die ganze Spieltaschina weiterspielen nein er ist auch so auf auf Verlängerung spielen dann kriegen wir die 20 Minuten wir sind oder immer noch eine Folge in der Häusche und die Gatt was scheiße Ich wollte auf Verlängerung spielen. Ja, ich vielleicht nicht. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch unsicher. Ja, dann bist du einfach schlecht und ich bin gut. Okay. Verlängerung. Bitte dreh dich. Dreh dich. Irgendwie. Ich verstehe diese Physik nicht. Was? Ja, der hat einen net easy try. Dann werde ich seine Mutter sowas von besuchen und dir was schenken. Zum Geburtstag. Eine Tarte Schokolade. Okay, fair go. Wir müssen singen. Fair go. Ich muss ihn rein tun. Und jetzt? Nur ein bisschen so. Er hat uns zu Hobbs genommen. Er hat uns zu Hobbs genommen. Guckst du an, was er gemacht hat. Die wussten es, ne? Die wussten es so aus. Und guckst du so. Sind einfach weitergefahren. Der dumme... Äh, Tiki. Dummer Hurensohn. Fake aus. Krass gemacht. Ja, ne, war doch klar. Aber fake of bad. Maybe next time you also will win team. No, noch ein Tor. We let you win. Aber erst wenn ich lieben kann, damit ich nicht mehr in der Antwort ziehen. Okay, und dann alles. Tschüss. Oder ne, wir machen mal ein net. Weck, 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 weck. Schlech, 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 schlech. Schlech, 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 schlech. Schlech, schlech, schlech. Ich bin ein Liga 3. Nein, Liga 1. Oh, easy, Gott, nicht mehr schweben. Ah, schade. Machen wir noch ein Match? Ja, 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 ja. Okay, wir sehen immer noch bei mir buff. Ich hätte gerne eine Kooperation mit euch buff. Äh, bis auch in die Liga, die Liga abgestiegen. Was? Bis auch in die Liga abgestiegen. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe. Ah, warte, ist es die Folge, in der ich richtig salty war? Am Anfang gese, diese Einwichserler. Äh, ich glaube schon. Ah. Ja. Nostratos und Gutio. Hallo und herzlich willkommen. Er hat so neuerweise gestartet. Nein, nein. Äh, also ich überkürzer wird. Ich liebe einfach nur dieses Witch in 5 Intro oder Sachs, aber das ist so ein richtig schöner Boyce-Pack. Warte, was? Achso, wird jetzt schön. Sehr krass gemacht. Ja, schade. Lass mich an, dann fick dich doch. Oh, Junge. Scheiße, das ist Frank Manfred, das mich auch provoziert. Und ich habe es gemacht. Das hat ein Knacksen, mal Kopfkommander. Ja, fett dich doch. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Gut, da passt. Ich habe mehr, wenn du das nicht provoziert. Okay. Alles gut dagegen. Ich haue ihn weg. Ich habe ihn aber. Sicher. Sicher? Ich wollte sein, ich habe ihn aber nicht sein. Guter Schuss. Der einer hat 200 Punkte glatt. st meinen Witz ich wollte es schreiben das war er das zeige ich nicht mehr verlieren ich muss ich werde ich schießt ich muss ich so kurz bevor eine Parade macht ist er macht er nochmals 1 Schatten ich bin so ein junger Gott doch nicht das ist absolut deine Schuld zu einem Jahr nein ich habe ihn doch hier sogar in welcher Welt war das meine Schuld da was war das was hätte ich sonst machen sollen ich versuche zu schnell für den und ohne er hat klar was in der Parade ich fixe Stofftiere Prozent bei den Samstag bequem und gemütlich die Stofftiere a auf die Schiene hätte ich auf dem Boden geklatscht sind alles um ein ganz behinderter Trump muss auch stark gemacht Prozent als er sich nicht die ganze Zeit wie seine Stofftiere will das war die Ärzte Prozent Jubel auch mein Gott okay äh ich krieg ihn nicht so schlimm ach gut nicht so schlimm den hast du ne ich bin auch nach vorne gefallen genau wie du ja das wäre so das sieht das sieht so geil aus du bist aber nicht verspringst du es mir zu hoch einfach so vorzuwissen das ist einfach zu hast du Boost? 15 okay okay das ist aber so geil aus die so ganz gleich nach vorne fersen so sehr wie es ist das eh zu hoch dann na das eh zu hoch hau hau hab ihn jawoll 1 yeah du gottloser Mann hä ich bin nicht mal nach vorne gefahren ey wir können nicht wirklich wegen den ich verliere wegen den Platin 2 3 ich denke es ist nicht ehrlich nicht gut also zum Teil schon aber ich meine ich meine man gibt den Kündiger von man muss es nicht am Anfang produzieren hab ich es nicht hast du eindeutig gut gemacht oh mein Gott das ist doch nicht wahrne okay ich sag schon ich muss ich dachte schon ich muss nicht wirklich ich sag schon ich muss bei den anrufen echt schon wieder fragen wo die wohnen ich hab ihm vorhin einen Adressenfeier äh du dummer Hund ich hab dich noch ganz genau gesehen ne ne doch doch ich hab dich so oft schon gesehen okay danke guter Schuss ja wir haben äh es ist noch alles drin tatsächlich 3 Tore ist easy machbar die Kreuzin gegen Spanien was Corazia Corazia ja das ist ok du hast wahrscheinlich keinen Match gesehen den hast du nein ich war nicht vorne ich war nicht vorne ich war nicht vorne ich hab auch nicht gewartet ok gut ich hab ja gesagt oh Ehrenmann damit du weißt das nicht vorne Ehrenmann das ist mir einfacher Quad Roman ups ja ich hatte halt Angst dass er ihn bewirkt deswegen das krieg ich nicht zu schnell ok konnte ihn nur ein bisschen ich spiel ihn weiter ok was ich jetzt mache sehr sexy von mir aber du hast ein bisschen überfordert finde ich gut ähm alles gut ähm jaja ja alles gut alles gut guter Schuss Digga muss ich ihn lassen meine Röschhalte falls du es gewollt war oder gut schön in die Ecke gespielt falls ich gewollt war aber du bist ja ausgedruckt ja überhaupt ja war nass ich rieche immer noch nach Cola wahrscheinlich alles mit 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 Kohlensäure oder so mit yeah nein war so knapp deswegen ist doch solche Dinger sind solche Dinger sind ein guter Pass achso achso von dir ja ich weiß denn es kommt mal so was ist schwer einzuschätzen aber halt hatte ich fast fake out ok wer hier kommt 31 5 Tore äh 5 Tore easy also alles ist drin in welcher Welt der Holmer hast du hä wie soll ich den hab ja oh so ja ich hab ich hab ich hab ich hab du ich hab du wärst noch ich kann den machen ja hast du schach ja mit 12 gut gemacht gut gemacht Ich fahre mit dem Booster. Hä? Warum sonst zu treffen niemand? Nein, das ist so ein Witz! Ja! Ich hab mein Mikrofon weggeschlagen. Guter Schuss. Alles ist machbar. Vier Tore. Alles ist drin. Fünfzig Tore. Wir müssen einfach nur starten. Wir müssen alle zehn Sekunden tun. Ja, ja, ja. Krieg ich nicht. Schade. Du musst dich bei sowas hinter mir stellen, so dass du ihn noch mal im schlimmsten Fallen kannst. Ach so, oder? Bro, okay, jetzt sind wir alle so. Ah, mein, oh, yo. Ah, well. Heller. Weiß ich wie man Booty Beauty Verstelte sind. Booty voll. Ne, so, ne. Was Beauty voll. Glaub so. Booty voll. Was ist da bei mir passiert? Ich bin in Pfosten. Hey, ich bin so verwirrt. Ich bin so geistig zurückgeblieben. Oh. Boopo. Boopo. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Vier Tore. Guter Schuss. Wenn wir jetzt alle Anfänge reinmachen, dann haben wir jetzt vielleicht noch. Dann kann man sogar 10-0 gewinnen. Ja, alles, alles an Zeit drin. Den machst du. Nö, ich hab keinen Buß. Den machst du. Ich hab 8 Buß. Alles gut. Ey, du musst aber auch springen. Ja, ich hab... Irgendwie aus meinem Winkel sah es nicht aus, als würde der drauf zufliegen. Es sah so aus, als wäre er noch ein Tor. Dann öffne deine Augen. Das ist noch ein Winkel. Hat mich mit der Augen zu tun. Ja, ich bin über dir von daher. Was du dieses Match eindeutig schlechter als ich. Noch alles drin. Ja, liegt an dir. Nö, ich bin über dir. Okay, äh, Folge muss enden. Ich bin über dir. Äh, ich hoffe, ich bin über dir. Ich bin über dir. Ich bin über dir. Ich bin über dir. Besser als du bist und drunter gegangen. Nein, ich bin auf Plattin 2. Meine. Welche Liga? Okay, ne. Äh, tschüss, ne. Tschüss.